Der Sebo-Dart 3 ist die Revolution für ihre Hartbodenpflege. Vorbei sind die Zeiten, in denen das Nasswischen zeitaufwendig und umständlich war. Mit dem Ultra-High-Speed-Saugbohner können Hartböden einfacher und schneller als je zuvor poliert werden. Mit einem Gewicht von 8,4 Kilogramm und dem praktischen Tragegriff lässt er sich mühelos transportieren. Umfangreiche Vorbereitungsarbeiten gehören der Vergangenheit an. Am gewünschten Einsatzort ist der Sebo-Dart 3 sofort einsatzbereit. Ihre Böden werden so effizient wie nie zuvor auf Hochglanz poliert. 2000 Umdrehungen pro Minute und patentierte Pflegepads mit Diamantausstattung sorgen für eine saubere und glänzende Oberfläche. Die Sebo-Pflegepads halten bis zu 600 Betriebsstunden. Dies entspricht einer Fläche von bis zu 10.000 Quadratmetern. Somit eignet sich der Sebo-Dart 3 vor allem für die tägliche, glanzerhaltende Unterhaltsreinigung. Nach dem Polieren kann der Saugbohne problemlos wieder verstaut werden und steht für die nächste Anwendung bereit. Währenddessen dauert das Nasswischen noch an. Mithilfe seiner drehmomentgesteuerten Mechanik stellt sich der Sebo-Dart 3 immer sofort auf die optimale Arbeitshöhe ein. Diese automatische Einstellung garantiert zusätzliche Sicherheit und reduziert den Verschleiß der Pflegepads. Der Sebo-Dart 3 kann auf verschiedenen Hartböden eingesetzt werden. Er kann zur werterhaltenden Pflege von PVC und kunststoffversiegelten Böden ebenso auf Parkett und anderen Holzböden eingesetzt werden. Auch Natursteinböden wie Marmor oder Granit können mit dem Sebo-Dart 3 mühelos auf Hochglanz poliert werden. Das um 90 Grad vertikal und um 180 Grad horizontal verstellbare Dreh-Kippgelenk macht den Sebo-Dart 3 extrem beweglich. Mit einer Arbeitsbreite von 30 Zentimetern und den flexiblen Laufrollen kommt er spielend um jede Kurve und in jeden Winkel. So ist der Sebo-Dart 3 hervorragend zur Pflege von kleinen überstellten Flächen geeignet. Der Sebo-Dart 3 ist mit der hochwertigen S-Klasse-Filtration von Sebo ausgestattet. Das dreistufige Filtersystem erfüllt die besonderen Ansprüche von Asthmatikern und Allergikern. Im Handumdrehen kann der Sebo-Dart 3 zu einem Handstaubsauger umfunktioniert werden. Mit der Elektroteppichbürste Sebo ET können auch textile Bodenbeläge gründlich gereinigt werden. Sie wird je nach Bedarf in den Arbeitsbreiten 31 und 37 Zentimeter angeboten. Egal ob Teppich- oder Hartboden, ein Umstellen und die innovative Kombibodendüse Sebo-Kombi wählt das passende Programm. Der abschließende Vergleich zeigt, der Sebo-Dart 3 hinterlässt einen glänzenden und gepflegten Hartboden. Für Hartböden mit stärkeren Gebrauchsspuren empfehlen wir Ihnen die Anwendung des Sebo-Restaurations-Sets. Mit dem roten Sebo-Pflegepad entfernen Sie zunächst die Gebrauchsspuren und kleine Kratzer. Im Anschluss daran wird der Boden mit dem gelben Sebo-Pflegepad glänzend poliert. Auf den Einsatz des Sebo-Restaurations-Sets folgt die Hochglanzpflege mit dem grünen Sebo-Pflegepad. Dieses wird für den regelmäßigen Einsatz und die tägliche Unterhaltsreinigung empfohlen. Untertitelung des ZDF, 2020